Eine große Verantwortung liegt nur auf Ihren Schultern. Sie müssen die Luftwaffe vom Grunde auf umkreppeln. Es wurden viele Fehler gemacht, seien Sie unerbittlich. Das Leben vergibt keine Schwäche. Die sogenannte Menschlichkeit. Das ist ein Geschwätz der Schweinepfaff. Mitleid ist eine Ursünde, ich sage immer, Mitleid zu haben mit den Schwachen. Es verrat gegen die Natur. Das Stärke kann letztlich nur triumphieren, indem es das Schwache ausmerzt. Ich selbst habe mir diesem eisernen Gesetz der Natur gehorchen, stets jedes Mitgefühl versagt. Ich habe die Widerstände im Inneren wie die Gegenwehr der Fremdrassigen immer mit brutaler Härte eiskalt niedergeschlagen. Anders kann man das nicht machen. Die Affen zum Beispiel trampe in jeden Außenseiter als Gemeinschaftsfremdtod. Und was für die Affen gilt, muss doch in erhöhtem Maße für den Menschen gelten. Himmler hat in Lübeck den Westmächten ein Kapitulationsangebot gemacht. Bei der Grafen bei Radotte. Der englische Rundfunk berichtet das. Himmler. Und der ein ausgerechnet Himmler. Der treueste Vertreu. Das ist der schlimmste Verrat von allen. Göring, ja. Der war korrupt. Immer schon. Speer, ja. Ein weltfremder, unbereichenbarer Künstler. All die anderen, ja, 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 ja. Aber Himmler. Ja, ist das jetzt wahnsinnig geworden? Um sich zu autorisieren, behauptet er, ich werde krank? Ja, vielleicht schon dort! Bitte. Lassen Sie mich mit Ritter von Greim und Fräulein Retscherlein. Und holen Sie mir Ihr Felgelein! Mein Führer, wir wissen nicht, wo er sich im Moment aufhält. Was soll das heißen? Er ist Himmlers Adjutant. Er muss zur Verfügung stellen. Wir haben ihn schon seit Tagen nicht mehr gesehen. Ich will zur Fahrzeugebericht!